Hallo, willkommen zu einer neuen Star Wars Orte Public WP-Folge! Voidstar ist mal wieder angesagt, hab ich schon länger nicht mehr aufgenommen. Ein bisschen mehr aufgenommen hab ich schon mal, aber ich hab's nicht hochgeladen, weil jetzt so scheiße war die Runde. Ich hoffe, dass wir jetzt besser sind. Ich bin gespannt, was wir jetzt sind. Ach scheiße, Tastatur, ich hasse dich. Ach Gott, ich hab vorhin schon wieder Tastatur-Probleme gehabt. Mal gucken, ob die jetzt wieder wiederkommen. Ich hoffe mal nicht, weil es immer an der beschissensten Stelle passiert, wo es passieren kann, nämlich wenn ich irgendwo wegrennen muss. Oder schnell irgendwo zur Tür rennen oder so, wenn keine Gegner sind. Blablabla, egal. So, will der jetzt eigentlich mal schladen? Wie lange dauert denn das hier? Ich hoffe mal, dass wir Verteidiger sind. Hab ich irgendwie das Gefühl, dass es immer besser ist. Ich weiß nicht wirklich, was besser ist. Also ich bin irgendwie immer Verteidiger. Und das sieht... Na komm. Verteidiger, jawoll. Zwar keine Gleiterfahrt, aber Verteidiger. Guck mal hier. Wöchentliche. Das hab ich vergessen. Erstmal Hi. Fuck, ich muss das hier mal wegmachen. So, Verteidiger. Ach du Scheiße. So. Ich kann sie mit täglicher Munition versorgen, wie sie benutzt. Okay, jetzt muss ich reparieren. Muss ich nichts? Genug Stimps und so haben wir auch noch. Das muss ich auch echt öfters mal prüfen. So, hier schreibt keiner Watt. 15 Sekunden. Ne, das schreib ich nicht. Ich hätte kurz überlegt, ob ich noch was schreibe. Ich darf fix West. West ist da. So. Renewal, das ist nicht... Ach, das ist da... Da kommt ein Gegner. Da seh ich grad keiner. Ich geh mal auf die Seite. Da kommen schon die ersten Gegner. West 1, oh Scheiße. Da kommt einer hin, jawoll. Da geht einer hin. Leute, greif die an. Einfach töten. Einfach alles töten. Alles töten, was hier ins Gesicht strömt. Komm, wer ist tot? Jawoll. Komm, Java noch aktivieren. Warte, der wird doch hier tappen, oder? Der wird tappen. Dix, ich seh das nicht. Ach, ich dachte schon. Oh, ich hab mich jetzt... Ich hab mich jetzt ganz kurzzeitig erschreckt, dass... Ob der sich hinter der Tür aufgemacht hat. Aber ne. Haben sie noch nicht. So, wir müssen 6, 6 Minuten hier durchhalten. So, safe. West is safe. Zumindest haben wir Leute, die ansagen. Das find ich schonmal sehr, sehr toll. Was heißt Schild? Schild heißt... Was ist Schild? Keine Ahnung. Ich kann aber die ganze Zeichen auch immer nicht. Fuck, das wollt ich eigentlich gar nicht. Oh fuck. Das seh ich doch. Wen seh ich denn da? Oh, die Sau. Das hat sich unsichtbar gemacht. Mal kurz den hier zur Sicherheit. Da kann er mich nicht mehr tappen. Waha. Waha. Okay, ich bleib jetzt hier schon an der Tür jetzt erstmal stehen. Es ist sogar schonmal passiert, dass ich hier gestanden... Ist einer mal hier... Ich weiß gar nicht, ob hier das schonmal passiert ist. Auf jeden Fall hab ich das mal in einem Youtube-Video gesehen. Da ist er hier gestanden und da hinter ihm hat wirklich einer getappt. Alter, was ist denn los jetzt hier? Ja. Komm, ich will auch unschlagbar sein. Komm, Sechshammer. Schau, das wird da wohl drin sein, oder? Ja. Hoffe ich. Fuck, da wird einer wieder tappen. So, bisher ist noch safe anscheinend. Gibt der Versons anscheinend nur auf dieser Seite. Find ich toll. Komm noch den hier drauf und dann... Zack. Wie viele Todesstöße wir gemacht haben... Oh fuck, man. Warte. Hinten gucken. Immer schön die Kamera nach hinten machen. Ganz, ganz wichtig. Dass ich dich da sehe, das weißt du. Äh, scheiße. Ich hab zwar Medifekte hier und nicht... sich zünden. Scheiße. Noch nicht einmal pro Kampf eins. Ich muss doch kurz aus dem Kampf kommen. Pause. Der Feind ist unschlagbar. Ach, scheiße. Das war klar. Aber es war auch wieder logisch, dass es passiert. Dass ich bei 7 Medaillen wieder sterben muss. Vielleicht sind wir für eine andere Wunder besser dran. Gut, im Prinzip ist es ja noch nicht verloren. Also ich meine, das ist unschlagbar. Ist da einer? Oh, da werden wir eine tappen. Ich muss schon mal aufpassen. Am besten jetzt wieder hier das Feuerteil platzieren. Da kann er nämlich nicht mehr tappen. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Mann, ich hätte es auch geschafft. Aber ich habe mit mir jetzt schon 9 Medaillen. Nein, du hältst sicher nicht hoch. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Wie oft denn auch... Immer wenn ich eine Medaille kriege, ist jemand unschlagbar. Ist klar. Hier steht nichts mehr drin. Immer schon auf den Chat achten. Ja, Dixi, ich sehe das nicht. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Hä? Jetzt aber denkst du ja, sie ändert nicht. Best 2. Ach du Scheiße. Ich geh mal schnell nach Westen. Nimm ich jetzt auch schnell die Stärke hier mit. Warte, ich pass auf. Okay, das schaffen wir glaube ich auch alleine. Ich muss hier schnell wieder zurück. Hier geht's ab. Oh, da will einer wieder tappen. Best 3. Oh Scheiße. Hoffentlich schaffen die das. Da rennt jetzt aber glaube ich einer rüber. Oder ne. Macht der nicht. Mir geht grad die Post ab. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Oh fuck. Gut, dass ich rüber gegangen bin. Okay, so den Rollen war jetzt unnötig. Wieso ist das auf der Seite? Nicht schlecht. Fuck. Also nicht schlecht für die Gegner, meine ich jetzt. Keine schlechte Idee auf jeden Fall, muss ich zugeben. Okay, jetzt muss ich schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Safe, okay. Oh. Oh. Ein Heiler hier. Ein Feind ist unschlagbar. Natürlich wieder. Ich bin wieder vor. Jetzt wirst du da in der Aufnahme sehen. Fuck, ich muss vielleicht mal nach meinem Schild drin stehen. Dann mach ich den Schild doch. Da war ich das ja, das war ich blieb Schild. Ja. Oh, ich blieb das blieb Schild. So, hier ist der scheiß Highlight. Der muss erstmal weg. Der muss weg vom Fenster. Zwei Minuten haben wir noch. So, so durchhalten, Leute. Zwei Minuten noch. Du Minutes. Fuck. Ach, wie gut, dass es hier im Kriegsgebiet Minipacks gibt. Ich glaube, früher konnte man die sogar auf einem Grie-Event und sowas einsetzen. Und für den PvP-Bereich. Ich glaube, mittlerweile geht das ja auch nicht mehr. Ich glaube, es geht mittlerweile nicht mehr. Zwölf, ey. Immerhin, es bleibt spannend, ne? Hier wäre ich hin. West 1, oh. Hä, steht doch gar nicht. Da will einer kommen. Aber ich glaube, da drüben. Ich glaube, schön hier. Guck mal hier. So ein leichtes Opfer. Och fuck, man, ich hasse dich jetzt. Gleiche, aber passt schon. Super. Fuck, den Kill habe ich nicht mehr gemacht. Ich will ja immer die Kills machen, weil dann kriege ich nämlich diese Teile auch. Scheiße, ich stehe schon wieder im Flächenschaden drin. Ich sterbe fast. Komm, heiler. Heil mich hoch. Hilfe! Ich sterbe fast. Oh. 50. Was habe ich da gerade wieder gesehen? Eine Bubble. Wie ich sie liebe. War ich das jetzt der Kill? Hoffentlich. Was für ein Trimmerer. Haben wir jetzt geschafft. Was? 1000 Todesstöße. Oh, geil. Hab ich ein Java aktiv? Jawohl. Das ist geil. Also ich habe 1000 Spieler umgebracht. Nice. Also ich habe bei 1000 Spielern den Todesstoß versetzt. Nein. Eine Hassfähigkeit. Okay, also wir müssen die erste Tür aufkriegen. Verstehe ich ja auch noch hinter der Scheiß Tür hier. Und die Tür müssen wir auch aufkriegen. Ja, obwohl wir haben eh gewonnen. Jupp. Ja gut, beschreibe ich jetzt keinen GG. Erste Runde ist schon mal gewonnen. Haben glaube ich auch sehr, sehr viele Kids gemacht. GG, GG. Oh je. Okay. Den Ball hat es immer noch nicht gefixt. Seht ihr das mit den zwei Schiffen da? Durchbrechen Sie die Verteidigung um den Datenkern des Schiffs zu erbeuten. Platzieren Sie dazu Sprengsätze an einer Panzertür und stellen Sie sicher, dass sie explodieren. Okay. Das darf nicht möglich sein. Gut, das Video habe ich euch einmal mal jetzt mal gezeigt. Das Blatt hat sich gewendet. Verteidiger, verhindern Sie, dass der Datenkern der Voidstar in die Hände der Angreifer fällt. Vorwärmstehen! Ach Gott, ich gehe mal in die Richtung. So, erste Tür aufkriegen müssen wir. Dann haben wir gewonnen. Ich glaube wir hätten auch so schon gewonnen, weil wir haben ja extrem viele Kids gemacht. Die Party aber ist noch eine Minute aktiv. Das ist gut. Der Scheiß-G bekannt ist da, ey. Wir werden es alle lieben. Da sind auch Gegner auf der anderen Seite wahrscheinlich. So, wir müssen die erste Tür irgendwie aufkriegen. Wie schaffen wir das? Erstmal wirst du sterben, mein Freund. Mein Freund und Kopfverstecher. Fakt, da kommen wieder die Gegner raus. Ein Verbündeter ist unbesiegbar! Ah, du Scheiße. Na gut, hier ist ne Heiler ja. Das Zeichen passt zwar nicht wirklich zu nem Heiler, aber... Äh, Stun, 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 Stun... Schön abstunnen... Scheiße! Ja schon, das schaffen wir jetzt. Gute Scheiße, was er braucht. Komm, der muss sterben. Du musst sterben, du musst sterben, du musst sterben. Komm, zack. Versuch mal selber zu tippen. Komm, 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 mach hin, mach hin. Ein Verbündeter ist unbesiegbar! Unautorisierte Waffen entdeckt. Okay, jetzt... Bleiben hier, bleiben, bleiben, bleiben. Wir dürfen das jetzt auf gar keinen Fall entschärfen. Und was ist denn jetzt eine richtig erfolgreiche Runde? Wow! Fünf. Okay, können wir es nicht mehr schaffen. Haben wir es super gemacht. So, ich gebe Leila die Stimme. Wir sind zusammen reingekommen. Yeah, ich habe auch eine Stimme bekommen. So, ich habe kein bisschen Schutz gemacht. Drei Mal gestorben und 23 Typen umgebracht. Davon fünf habe ich den Todesstoß versetzt. Finde ich nice. 20 Medaillen. Ja, 10.000 Heilungen. Nee, das ist hier Quatsch. Nee, 138.000, ich wollte schon sagen. Dann... Millionen Schaden. Ja. Könnte besser sein. Ja gut. Könnte aber auch schlechter sein. Wahrscheinlich wird die Stimme von ihm kommen. Ja gut. Haben wir sehr toll gemacht. Komm, jetzt kriegst du wieder Verlass und dann nehme ich gleich noch eins auf. Bis durch. Nee, beziehungsweise, nee. Die Folge ist ja vorbei. Also wenn jetzt noch ein Vierer kommt, dann steigt das nochmal dran. Wenn nicht, ist die Folge vorbei. Deswegen sage ich dir erst mal, bis bald. Ciao.